Moin Moin, mein Name ist Heinrich Erlöwe und da ist Kabel. Und das Kabel wird verlegt von... Man hat euch glaube ich nicht gehört. Mathilde! Jetzt hat man nicht gehört. Sie verlegt hier fleißig Kabel. Denn, ja, wir brauchen Bauengeneratoren quasi und neue Fallen. Aber ich sehe gerade draußen, das ist noch gar nicht fertig. Wir haben noch kein Stacheldraht. Eine Fuhre Spitzen fehlt. Also heute beschäftigen wir uns mal weiter mit dem Ausbau unserer Basis. Der nächste blutrote Tag ist glaube ich 28, genau. 28, zwei Tage haben wir noch, bis dahin. Genau, und hier fehlt noch einiges. Oh, habe ich da euch zu weit auseinandergesetzt? Scheiße. Stacheln. Ja. Egal, wir haben sowieso noch nicht allzu viel. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Generatoren gebaut, zwei Stück. In einem sind Motoren drin. Ähm, ja, ich habe jetzt hier die elektrischen Dinger verladen. Ich brauche definitiv noch mehr Material zum Bauen. Heißen die elektrische Dinger wirklich? Äh, Electric Wire Relay. Heißen die richtig? Ach ja nur, hätte sein können. Nein, die heißen richtig nicht elektrische Dinger. Hätt's cool gefunden. Ja, ja, hätte was, hätte was. Elektrische Dinger. Ein paar Eisenstangen gebe ich auch gleich mal in Auftrag. In der Nacht wird dann wieder fleißig, ähm, Eisen gehackt. Weil ich produziere jetzt ganz viel Eisen, weil ich hätte gerne auch noch ein paar Eisenstangen, dass man so ein bisschen wieder über die Mauer hinweg rauslaufen kann. Und aber auch gleichzeitig einen sicheren Stand hat und nach unten schießen kann. Und das kostet viel, viel, viel Eisen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch Stacheln, normale Holzstacheln und Stacheldraht. Ich habe bisher 80 gemacht, aber das reicht, glaube ich, nicht. Die Motorräder sind ja noch voll, die haben wir gar nicht ausgeräumt. Boah, das kann sein. Kannst du ja gerne machen. Dabei. Ich hacke gleich Holz. Mach das, ich kümmere mich gleich um elektrische Falten. So, hinten ist jetzt auch Beton und alles fertig. Mit den Steinen her. Also, die Mauer ist fertig. Vielleicht baue ich hier irgendwann nochmal, ähm, hier, ähm, Törmchen, höhere Törmchen. Aber macht bisher keinen Sinn. Ach ja, ich zeige mal kurz das Haus. Ähm, da oben, also wir haben hier unten hier eine Werkstatt quasi. Dann haben wir da in der ersten Etage eine Küche. Und da oben kommt ein Schlafzimmer. Einfach nur, weil man es haben muss. Oder haben kann. Und falls es netter aussieht. Genau, und das wird ein richtiger Glaskasten. Aber dafür brauche ich viel, viel Glas. Weil ein Duschglas braucht, glaube ich, 14 Glas. Das muss alles in der Schmiede gemacht werden. Und, ja. Aber, das kann man mal so nebenbei machen. Das eilt ja nicht. Ist nicht so nebenswichtig. So. Ich würde dann mir das Moped schnappen und in die Stadt düsen. Oh, ich sehe mich gar nicht. Ich sehe mich sichtbar. Das Moped fährt von alleine. Uh, Zombie-Moped. Wieder komplett unsichtbar? Keine Ahnung, aber diesmal habe ich mich noch nicht mehr selber gesehen. Geil. Faszinierend. Das Moped fährt von alleine. Wer gerade bei mir unten guckt. Es sieht wirklich, wirklich witzig aus. Ein Geister-Moped. Ich glaube, ich fahre in eine andere Stadt, weil in der Stadt, wo wir das letzte Mal waren, habe ich doch schon sehr gut Autos leer gemacht. Ich könnte in die Stadt mal fahren. Da fahre ich erstmal da so hin und da so rum. Ja, mach mal. Ich kann es mir ja sagen, ich fahre jetzt gleich an dir vorbei, ob du auch das Geister-Motorrad ziehst. Also von der Entfernung ist da was auf dem Moped drauf. Ja, ich sehe eine Person. Faszinierend. Du siehst dich nur selber nicht, das ist cool. Faszinierend. Also ich sehe dich. Ja, ab und zu blinke ich mal wieder hier so auf. Oh! Ah, fleißig Holzhacken. Nehmen wir uns gleich gleich, dass ich mit Autos auseinander, sobald ich in der Stadt bin. Dich und mein Geister-Motorrad. La, 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 la. Geister-Motorrad. Uff. Geister-Motorrad. Oh, bitte. Ich wollte auch nicht den ganzen Tag jetzt hier werkeln. Ich wollte auch nochmal in die Stadt. Kannst ja machen. Bin klar. Kannst ja machen. Hast du beide Mopeds leer gemacht? Nö, nur meins. Wenn du deinen Scheiß aus deinem Auto nicht rausräumst, ist das nicht mein Problem. Jetzt haben wir beide leer. Hätte. Hab ich immer. Oh, no, man. Ich merke mich ja schon die ganze Zeit darum, dass dein Moped auch betankt ist. Das war ich selber. Ja, genau. Deswegen war das ja auch schon auf 35 Prozent runter, als ich das zufällig dann mal hatte, ne? Ja, das ist ja leer gefahren. Nee, du bist die ganze Zeit drauf gefahren und ich hab's dann wieder aufgetankt. Pappe le pappe, das glaub ich nicht. Das heißt, ich für ein Gerücht. Das ist ein freies Land. Kannst glauben, was du willst. Mathilde und ihre alternative Fakten. Ich und alternative Fakten? Das bist ja wohl eher du. Oh, hier sind aber viele, viele Felder. Das ist aber schön. Was haben wir denn hier? Oh, ein Kartoffelfeld. Das wird doch gleich erstmal abgeerntet. Kartoffeln sind gut, weil aus Kartoffeln kann man lecker ein Töpfe machen. Haben wir nicht schon ein Kartoffelfeld? Ja klar, wir pflanzen Kartoffeln an, aber wenn hier jetzt gerade, wo ich gerade langfahre, zufällig ein reifes Kartoffelfeld steht, dann nehm ich doch die Kartoffeln mit. Joa, dann mit. Ja, aber trotzdem hättest du auch noch mal Stacheldraht machen können. So, nochmal Stacheldraht. So, nochmal 50 davon. Immer Autos. Noch mal Stacheldraht. Hier, wo ich das Mob entstehen gelassen habe. Ich habe hier noch keinen Zombie gesehen, fällt mir gerade auf. Oh doch, da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Zombiespiel ohne Zombies. Ich meine, ich sammle ja hier auch viel Eisen und ich kann ja auch das eine oder andere Bäumchenpälen, die ich ein Stück hart herstellen, hm? Ja, ich sehe es. Ist das ein Deal? Ja, mach mal. Deiner Heinrich? Komm ich gleich dahin, du. Oh. Müssen wir ja auch Benzinen für unsere Fallen herstellen. Oder auch sammeln. Wir bringen uns nämlich die schönsten Fallen nichts, wenn wir ein Bezug nehmen. Halt, Tussi. Ist Tussi. Glaubst du denn, in wie viel Stachel betracht werden wir bei dem Lüten? Also ich habe, ich glaube, schon irgendwas im 2-300er Bereich. Okay. Und 100 habe ich schon. Ich habe gleich knapp 60 schon zusammen. Ich dachte, dass wir ein paar ein bisschen herstellen, während ich hier Autos lüte, alles gut. Okay. Da brauche ich immer mal wieder einfach ein Bäumchen um und dann... Passt das. Ich werde mal meinen jetzt einfach mal legen und gucken. Da kann ich dir ungefähr sagen, wie viel wir noch brauchen. Okay. Ich werde mal wieder. Okay. so warum räume fällen so langweilig ja nur autos auseinandernehmen das jetzt auch nicht so das aller spannendste ja 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 Oh, die Zombies wollen aus dem Diner raus. Der Blau wird nicht in den Spruch. Da gucken wir mal rein. Wenn wir gerade beim Zombie-Thema sind, bei The Walking Dead, der Hauptdarsteller hört ja auf in der nächsten Staffel, das ist ja schon fast festgesetzt. Das haben sich da die Storywriter zusammengetan und angeblich wollen die noch mehrere Staffeln machen. Ich glaube vier oder fünf Staffeln. Oh Gott. Und dann dachte ich mir, Alter, was wollt ihr noch alles erzählen? Ich freu mich auch. Ich meine, ja, da gibt es noch einige Comics, die man verwurschen kann, so ist es ja nicht. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der ganze Hauptcast mittlerweile keinen Bock hat, weil es sind ja schon fast zehn Jahre jetzt, ne? Ja. Also bei zehn Staffeln vielleicht. Bald demnächst. Ich glaube Staffeln neun wäre jetzt die letzte, oder? Ich kann sagen, ja. Welche waren alle die aktuelle? Ich weiß es nicht mehr, aber es reicht auch einfach langsam. Irgendwie immer schade, wenn du ne gute Serie hast und die läuft dann so lange, bis sie nicht mehr gut ist. Ja. Also Big Bang hört ja auch auf. Ja, wird auch langsam Zeit. Die hat aber auch über ihren Zenit gelebt, finde ich. Ja, bei How I Met Your Mother war es doch genauso. Ey, scheiße, wir haben ne Kiste direkt vor unserer Basis. Ja. Die ist da runtergekommen, hast du es gar nicht mitgekriegt? Ja, warte mal ganz kurz, warte mal kurz. So. Ne, ich dachte, ich hab ein Zombie gehört. Ne, Entschuldigung, was hast du gesagt? Bei How I Met Your Mother war das ja auch das gleiche. Ja, aber die letzte Staffel davon war ja absolut scheiße. Die war Grütze. Die war Grütze. Die hab ich eigentlich auch nur noch geguckt, weil ich es eigentlich fertig haben wollte. Ja, bei The Walking Dead könnten sie höchstens so machen, dass sie es irgendwie zehn Jahre oder zwanzig Jahre später machen. Ja. So wie es ja auch in den Comics der Fall ist. Da ist die ganze Geschichte mit liegen und dann ist ja erstmal, ich glaube, so 15 Jahre Pause. Ja, das weiß ich gar nicht. In der Welt hab ich nicht gehört. Doch, weil dann ist dann Carl nämlich auch älter. Da ist er nämlich dann auch erst in den Comics ein Teenager. Ja, das ist ja jetzt in der Serie ein bisschen mehr parallel gelaufen als in den Comics natürlich. Weil die Darsteller älter werden. Was? Und da kommt dann halt noch so eine andere Gruppe von Überlebenden, sag ich mal da an. Und was da dann passiert ist, was eigentlich sehr, fand ich, eine ganz coole Idee ist. Das ist dann halt eine andere Gruppe Überlebenden und die leben dann sozusagen im Schutz einer Horde. Das ist ganz geil, weil die dann die Zombies häuten und ziehen sich sozusagen die Häute der Zombies als Tarnung über und leben dann unter denen. Und der Carl, der verliebt sich dann halt in einen Mädel aus dieser Gruppe und die will sich dann von der Gruppe auch emanzipieren und so. Und das finde ich ganz coole. Ich glaube, es sind gerade Zombies in unserer Basis gespawnt. In unserer Basis? Ja, weil hier außerhalb eine Kreischerin war. Hier. Wir hauen uns gerade alles kaputt. Da ist ja. Schau mal hier aus. Ich teste mal eine Falle. Platsache, da sind die Kommis dran. Guck mal her. Ist ja gar nicht tot. Das ist doch eine Kacke, dass die da drin ist. Boah. Hey. Ist hier ein Tor, meiner. Ich hätte so eine Kudu. Ah, jetzt bin ich Wage-Modus. Jetzt mach ich dich fertig. Bumme, nur Skudu. Machst du hier mein kleines Türmchen kaputt oder was? Wer ist da noch drin? Du Skaterboy. Dich hau ich auch kaputt. Jetzt darf ich hier die ganze Scheiße reparieren oder was? Die tickt doch nicht ganz richtig. Also das finde ich scheiße, wenn die hier drin spawnen. Das finde ich auch nicht gut. Das ist meine Basis. Raus. Da werde ich aggro. Wächst, Zombie. Nee, ich hätte es ja echt gewünscht, wenn Karl halt... Also dass Vic irgendwann stirbt, damit hätte ich gerechnet quasi. Aber ich hätte es echt gern gehabt, dass Karl von Anfang bis Ende ist. Dass es halt so um ihn geht in der Serie. Aber ich weiß nicht warum... Oder hätte der Darsteller keinen Bock mehr oder... Wirklich. Vielleicht musste er mal die Schule machen, weil er da schlecht war. Keine Ahnung. Die sind hier richtig im Tor, in der Wand gespawnt. Das ist ja echt gut. Ja, finde ich auch. Das finde ich nicht gut. Leiter kaputt gemacht. Leiterteil hat man, glaube ich, hier noch. Eigentlich... Glas konnten wir auch selber herstellen, hast du gesagt. Da braucht man normalen Sand für, ne? Äh, Sand und ich glaube Blei. Hm. Weil Sand liegt hier ganz viel drin. Ja, dann nimm den doch. Mach ich auch. Unser, ähm... Beton müsste ja eigentlich soweit fertig sein. Beton bin ich einmal drumrum, also... Siehst du. Liegt hier im Schacht, packe ich auch. So. So. In der Kiste war auch nicht viel drin, die da vorlag. Wissen Antibiotika, Schmerztabletten... Haut mich alles nicht um. Keine Waffen. Das war jetzt nicht... Ja, ja, ja. Aber hey. Antibiotika. Mittlerweile acht Stück. Ein Honig. Oh, super. Sind's hier Schuhe? Geh weg, ey. Schuhe. War auch kein Mensch. Heißt, der Motorrad ist gegen einen Kaktus gefahren. Start nach dem Koalition? Äh... Blei haben wir noch gar nicht drin. Mal kurz dein Eisen raus. Du produzierst was in der Schmiede. Doch, du produzierst was. Ja, ich produziere. Ich produziere ganz viel. Eisenstangen. Ja, ja. Die produzieren sich noch da hinten. Ich hab das, äh... Pack ich erstmal wieder den Rest in die Kiste. Ah, ja. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch... Ich hab ja noch ein Ei. Ja, die Küche sieht mittlerweile auch ganz so gut aus. Aber hier fehlt noch ein Schrank dazwischen. Oder was soll das denn werden? Warum ist der freie Platz? Ja, ja, da kommt noch was hin. Keine Bange. Wird so Stückchen für Stückchen. Könnte man doch einfach an die Deko-Zwecke so einen kleinen Tisch und zwei Stühle bauen. Ja, das ist alles noch geplant. Ja, gut, 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 gut. Achso. Aber ich hab ja auch noch andere Dinge zu tun, außer Deko-Schalz. Ja, und den Wagen leerräumen. Ach, hier sind ja auch noch Pflastersteine drin. Ach, das stimmt. Das war meins. Ach ja, haben sie meine Tür auch kaputt gekloppt? Ja, haben sie. Diese klein verkackten Zombies. Aber bei den Häusern war es ja auch immer so, dass die nicht drin gespawnt sind, ne? Nee, eigentlich nicht. Da bin ich ein bisschen uncool. Fällt mir auch nicht. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Weil die Basis ist dafür nicht ausgelegt, dass da Zombies einfach mal von drinnen kommen. Ich weiß auch nicht, ob unsere Basis zu groß ist und so. Aber eigentlich, dadurch, dass wir ja unsere... ...Larfsäcke da haben und ja jetzt auch Fackeln aufgestellt haben, sollte das eigentlich so ein bisschen drum sein. Ja, sollte als unsere Basis deklariert sein, sehe ich auch so. Ah, unsere Schränke sind noch ganz schön durcheinander. Sind noch extrem durcheinander. Boah, 133 Holzrahmen. Aber die brauche ich später für die Decke, die kann ich noch gebrauchen, so ist es nicht. Ja, ja und Holzrahmen, ich habe ja auch, wenn wir hier so uns ein größeres Hochhaus angeschaut haben, habe ich die ja auch immer mitgenommen. So, Fallen aufstellen. Das ist eine schöne Autobatterie. Batterien brauchen wir aber gar nicht so viele. Ich glaube, davon kann ich einige auch zerlegen. Ja, wir haben natürlich noch schlechte Batterien. Also, die sind nicht so geil. Also, wenn du eine gute findest, würde ich die mitnehmen. Ja, also alles, was grün ist, würde ich behalten und schlechter als grün zerlegen. Batterien, die schlechter als grün sind, zerlegen. Es gibt nämlich auch Blei. Hm, da schmelze ich gerade ein. Nebenbei werden noch eine Eisenstange gebaut. Mal merken, wo das Moppet steht, weil es ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht angezeigt wird. Ja, vielleicht liegt es ja in der Version. Ja, kann sein. Dass es vielleicht bei der nächsten Version wieder weg ist. Weil es ist schon praktisch, wenn man weiß, wo sein Moppet ist, ne? Hm. So, wir machen immer, habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt, immer so eine Schicht, zwei Stacheln übereinander, dann eine einzelne Schicht Stacheln und dann nach vorne nochmal Stacheldraht. Hat sich bisher ganz gut gewährt. B-Wert, sagen wir es mal so. Und woran, weswegen ich jetzt hier eigentlich in der Stadt rumrenne und so viel zerlege, ist, wir wollen halt auch noch zusätzlich sogenannte Blade Traps in sehr eng aufeinander folgender Reihenfolge aufstellen. Weil diese Hackstacheln, die kommen so richtig bilderbuchmäßig, das ist immer schön zu beobachten. Genau. Und dann so eine Blade Traps rein. Weil die kann man jetzt am Anfang noch nicht bauen, weil du sehr viel Ressourcen dafür brauchst. Das kann man erst mal ein bisschen später machen. Ja, also Stacheln, Stacheldraht, das ist, glaube ich, ein Thema für Tage. Das ist, ähm, ich habe bisher die hinterste Wand, die ist fertig. Aber es fehlt hier noch seitlich Stacheldraht und Stacheln, das ist alles noch nicht zufriedenstellend. Aber ich habe keinen Bock, den ganzen Tag damit zu verbringen. Ja, also ich habe jetzt auch schon gut 200 Stacheln gebaut, Stacheldraht. Okay. Aber die werden wir auch brauchen. Naja, alles gut. Ich baue die hier immer so nebenbei, hacke hier jetzt ein paar Bombchen zwischen den Autos. Hier ist auch schon eine Ecke, da müssen wir echt aufbuddeln, weil da ist ja kaum Platz. Stacheldraht ist hier gerade, siehste, Stacheldraht und danach kommt gar nichts. Hm. Hier die Ecke dann auch wieder. Hier fängt wieder Stacheln. Schön, da ist doch noch ein Motor. Fein, fein, fein. Also ich schaffe vielleicht eine kurze Seite, äh, habe ich geschafft und eine lange Seite. Hm? Also die Hälfte quasi. Hm? Hier sind schon eine Ecke. So. Da ist doch noch eine Ecke. Ich habe einen Denkst, von oben da hier in der Oberfläche. Los geht's doch jetzt. Und jetzt noch ein bisschen. Das wird jetzt nicht geschehen. Wir fahren wieder. Das ist wichtig. Kombi Motorrad ist on the road again Oder Geistermotorrad besser gesagt Also ich seh dich ja Ja, ich seh mich aber nicht Für mich sieht das aus wie ein Geistermotorrad Ich glaube es reicht hier auch gleich mit dem Abbau Ach so, der ist noch am Auseinandernehmen Ein richtig guter Neugandor Receiver Erstmal mal mit uns Nudeln Yum, 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 yum Wenn du Stacheldraht brauchst, dann doch glaube ich nicht machen Das reicht doch noch Gut, dann mache ich keinen weiteren Stacheldraht mehr Also ich habe dann jetzt knapp Also ziemlich genau 200 habe ich dann auch jetzt bei mir Das wird sich ja eh verbrauchen Wenn wir ein bisschen aufgeschubbt haben Kann man dann nochmal im äußeren Bereich Vielleicht nochmal eine Stacheldraht Damit sie schon kaputt ankommen Aber Vielleicht wird es bestimmt nicht Ne, ne, ne Es fehlt quasi nur noch eine lange Seite mit Stacheldraht Und dann halt sind wir durch Ah, das klingt doch gut Ah, dafür ist auch ein halber Tag ins Land gegangen Ja gut, aber so ist das, ne Ist halt nicht jeder so aufregend Ach so, ich wollte dich nochmal fragen Das wievielte Mal bist du jetzt eigentlich im Higashi Castle gestorben? Ich habe keine Ahnung Das fünfte oder sechste Mal? Kann man gucken Sechs Tode habe ich bisher Uiuiuiuiui So Häufig gestorben Ich opfer mein Leben, damit du nicht sterben musst Du hast dein Leben geopfert, weil du in den Nahkampf wolltest Nahkampf Nahkampf ist cool Woher habe ich denn 13 mal Plastik? Ach, einfach wahrscheinlich nur aus dem Auto So So, ich mach mich auch jetzt auf den Weg Nach Hause Oh, ich muss ganz dringend was trinken Du haust ab Ja, ich komm nach Hause So Ich wollte eigentlich jetzt wegfahren Ja, dann passt das doch Ich komm nach Hause und bin fest, ey Hier ist ein Team auch kaputt und ich hab keinen Cottel Cottelstone Wollen wir mal schnell reparieren Ich meckere nämlich immer kräftig rum, wenn das nicht repariert ist Das heißt, ich muss mit guten Beispielen voran Jo Zack, repariert Bist du schon, wie lange brauchst du? Ich glaub nicht allzu lange Das ist okay, dann lass die Tür auf Also so ein paar Minuten bestimmen Ah, da wird ja schon kein Zombie rein dürfen Ich komm grad nicht rausgefahren Und ab hier Geht doch Was hast du jetzt vor? Äh, ich geh auch nochmal kurz in die Stadt Aber ich suche eher was, wo Glas ist Okay Oder ich mach ein bisschen Autos kaputt Guck mal gucken Oder ich hau einfach ein paar Zombies zusammen Weiß ich wohl nicht Ich muss grad nur von zu Hause weg Kriegst du einen Lagerkoller? Ich krieg Lagerkoller, zu viel Stacheldraht dazu Armer Heinrich Heinrich braucht den Nahkampf Und bleibt Aber stirb bitte nicht bei deinem Nahkampfmanöver Machst du doch so gerne Nahkampf Ich meine sterben Lässt du mein Moppet in Ruhe, du Skater-Roll Das ist meiner Danke für die Mechanical Parts Oder so Mechanical Mechanical Okay Es sind gleich zwei Bleihaufen auf einen Haufen Ja, dann Hau drauf Bin dabei Oh, Hirsch Töte ihn Er hat's verdient Das ist kein normaler Hirsch Er hat eine fünfköpfige Familie umgebracht Und da Das Das waren sogar zwei Mädchen Und die hat er vergewaltigt Was? Ja Die sind ganz schlimmer und Hirsch gewesen Jetzt wird er gegessen Wurde auch von der Polizei gesucht Was hast du geraucht? Das übliche Ah So, ich bin bei Unserer alten Basis Scheiße, wo ist mein Moppet Also nicht Der kann es halten Sehe die Schneebäume Bleib in einer alten Ah Verflucht In einer alten Falle hängen Scheiße Ah Bleib stehen Du Oh, was wische ich denn nicht? Der Armbrust muss man noch direkt schießen, oder? Ja Oh, bitte weg Boah, hängt immer noch hier in der Falle drin Wieso hängst du in der Falle? Die ist keine Falle mehr, du dummes Motorrad Geh doch Geh mal schnell weg, mein Freund Das ist mein Zombie Äh, mein Hirsch Boah, ich bin schon auf der Heimatbrücke Ah Sieht ja ganz nice aus, da oben Achso, was du meinst, da oben drauf Ja, ja Das Schlafzimmer, das du da gerade am Bonn bist So, dann bin ich erst einmal Kann mich zerlegen Das, was ich an Motoren habe Mal mit Deiner Motoren Ah, sie hatten zwei Motoren gefunden Oh, das Schweinerei Na gut Erstmal den einen Generator voll Bevor wir den zweiten voll machen Ausgetankt 406 Watt leistet der Der erste Generator Ist ja auch schon mal nicht schlecht Mal gucken, wie viele Blade Traps wir da rankriegen Ist ja kein Glas, verdammt Das sah nur so aus nach Glas aus, aber es sah alles Holz Ist ja doof Oh, ich hab ja noch einen kleinen Motor Kann ich den einen schlechten Motor rausnehmen Und dann ist ja auch schon mal nicht schlecht Und dann ist das so ausgetan 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 Warum haue ich daneben schon das zweite Mal verdammte Axt Oh, Horde-Party Ich muss weiter weg, ich muss weiter weg, ich muss weiter weg Ich muss mich verbinden Ich muss mich verbinden Dann tu das doch Mach ich auch Juhu Ach, verdammt daneben Verdammt daneben Hier sind auch noch 31 Beton Bitte, schau einen an Stürb doch mal Bleib liegen, ist besser für dich, mein Freund So, ich wollte Stacheldrahtzaun aufstellen Mit Glück zieht die Horde weiter Die Horde zieht weiter La 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 Ah, gut Ein, zwei Schilieder sind noch da Ups Ah, hier sind auch noch nicht alle Stacheln aufgestellt Normale Ja, da fällt auch noch weiter Stell den Stacheldraht trotzdem schon mal auf, okay? Ja, kannst du den Stacheln auch aufstellen Wo hast du denn den Stacheln? Hast du keine Stacheln gebaut? Ich habe Stacheldraht gemacht Wie häufig habe ich gesagt, ich baue Stacheldraht, ich baue Stacheldraht, ich baue Stacheldraht Stacheln und normale Stacheldraht Ich dachte, du hättest die Stacheln gemacht Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich baue Stacheldraht Hast du mal wieder nicht zugehört Ich habe gesagt, wir brauchen beides Ja, und ich habe dich so verstanden, dass du mir den Stacheldraht überlässt und ich die Stacheln Nein Und die Stacheln machst Männer Frauen Vielleicht könnt ihr ja sagen, wer von uns beiden recht hatte Ich Also die Mathilde, die natürlich recht hat Oder der Heinrich, bei dem ihr euch einschleimen möchtet Nein Hier muss sich keiner einschleimen Ich habe recht, Basta Also, hilft uns unseren Diskurs zu klären Hier habt ihr es verstanden, wollte Heinrich Stacheln bauen und Mathilde Stacheldraht Oder hat Heinrich es richtig verstanden, als Mathilde gesagt hat Beide, wir wissen es nicht Bitte helft uns, wenn wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen Denn wir haben uns doch alle gut Ich schlage hier schon genug Köpfe ein Gehe ich jetzt halt wieder Bäume hacken Oh ne, da fällt mir Nein, wir haben noch ein paar Tage Zeit, also Ich gehe jetzt Bäume hacken Dann hack Bäume Oh ne, das ist mir zu weit Mein Kaffee ist da Wie lange geht die Aufnahme? Oh, wir können bald Feierabend machen Ja, wir können bald Feierabend Ich gucke mir den Laden hier noch fertig an und dann Achso, wenn ihr auch mal gerne sehen wollt Weil wir nehmen ja irgendwie immer nur tagsüber auf Aber wenn ihr auch mal sehen wollt, was wir so nachts treiben Könnt ihr uns das natürlich auch in die Kommentare schreiben Dann zeigen wir euch auch mal so eine Nachtroutine Was wir so in unserer Basis dann an Tag legen Aber machen wir nachts so viel? Nö Nicht so wahnsinnig viel Wir kloppen in dem Tunnel rum Wir stellen ein paar Sachen auf Es ist jetzt nichts Dramatisches Aber vielleicht möchte das hier jemand sehen Und wenn es jemand sehen möchte, soll er es uns fragen Und dann zeigen wir das mal Kein Problem, oder? Das stimmt Wir möchten ja nicht, dass sich jemand schlecht informiert fühlt Nur weil wir keine Lust haben, nachts eine Aufnahme zu machen Ja, das stimmt Oh, endlich Glas Und ein bisschen Holz können wir sowieso gebrauchen Weil unsere Schmiede und unsere Kochstelle, die laufen ja doch etwas länger immer tags und nachts Und da können wir auf jeden Fall Holz nach Schub gebrauchen Ja Muss ja nicht gleich alles zwangsweise in Links umgewandelt werden Ja Ist die Rolle mitgenommen? Ja Ich glaube, ich müsste die Nacht doch mal wieder ein paar Punkte verteilen. Ja, muss ich auch mal machen. Weil ich würde auch gerne irgendwie mal demnächst mich Richtung Chemie-Station bewegen, also dass ich sowas bauen kann. Damit wir auch vernünftig chemische Sachen herstellen können. Wie Munition. Zum Beispiel, ich dachte jetzt auch an sowas wie Antibiotika. Munition. Ja, du Armee. Einfach Munition. Ich freue mich noch an den Tag, wenn ich so eine MP5 nehmen kann und dann so, keine Ahnung, 500 Schuss habe und dann bei so einer blutroten Nacht einfach nur rumballern. Ratadum, Ratadum, Ratadum. Aber 500 Schuss, 9 Millimeter. Das dauert. Also ich würde auch eine AK nehmen. So ist es jetzt nicht. Ruhe da draußen. Ich muss hier Glasscherben kaputt machen. Nach dem Gebäude komme ich aber nach Hause. Also ich glaube ganz normal Sand, wenn du das in die Schmiede packst, dann ist das Glas. Ja, ich würde auch mal ein bisschen hier, ein bisschen randalieren. Einfach nur, weil ich es kann. Ich wollte den Leuten was anderes zeigen, außer Holzhacken. Gut, das ist aber sehr nett von dir. Ich weiß. Ich habe einen Bildungsauftrag. Aha. Dann solltest du weniger fluchen, wenn du das, was wir hier machen als Bildungsauftrag siehst. Nee, auf keinen Fall. Man ja nur. Das Fluchen gehört zu mir. Das stelle ich nicht ab. Dann würde ich vielleicht einfach da die Behauptung mit dem Bildungsauftrag nützen. Nee, 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 nee. Sorry. Boah, ich habe jetzt gut 4000 Holz gesammelt. Boah, das reicht. Wie Glas habe ich? Also ich habe jetzt 700 ein paar Zeichen Schiff Belei gefunden. Und Glas nur 55. Nein, das ist erbärmlich. Da mache ich es mir dann ja schmiede. Boah, ich habe jetzt über 4000 Holz. Ich fälle dann jetzt gleich noch ein paar Stachelchen auf. Also ich würde jetzt einen Break machen wollen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ihr könnt gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo hinterlassen. Ansonsten geht es nächstes Mal weiter. Was wollen wir nächstes Mal überhaupt machen? Fällt dir schnell was ein? Ich würde mich tatsächlich so ein bisschen um Blade Traps kümmern. Okay. Ich weiß nicht, ob du sonst eine Idee hast. Nein, habe ich nicht. Und so ein bisschen vielleicht die Basis, also unsere Insel, vielleicht ein bisschen erweitern. Ja, wir überlegen uns mal, was wir machen. Und ja, euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace. 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 Peace.